Und, eine neue Windel für dich. Alles gut? Oh weh, ach Ginger. Wir haben gerade doch eben erst eine Windeln gewechselt. Ja, und jetzt? Was sollen wir denn jetzt machen? Katztastisch begrüße ich euch zu einem neuen Spiel. Nämlich zu Sago Mini Babies. Ein Let's Play. Für die ganz Kleinen unter uns. Wir starten mit der Katze Ginger. Ginger. Ja, los geht's. Wie ihr sehen könnt, sind alle Tiere in diesem Spiel noch kleine Babys. Und mit den Babys werden wir klitzekleiner, aber auch sehr süße Abenteuer erleben. Schöne Blumen. Hallihallo, wer bist denn du? Wollen wir gemeinsam verkleiden spielen? Hier haben wir verschiedene Klamotten und Accessoires. Schau mal, was hältst du von diesem Halstuch? Ein total geschockter Blick. Ist wohl nicht so deins, oder? Was hältst du von diesem Schnurrbart? Hm. Eine Perlenkette? Ja, diese gefällt dir anscheinend. Und der Schnurrbart ist auch nicht so deins? Was hältst du hier von? Ach, komm schon. Das ist doch ein toller Strampler. Und eine tolle Kapitänsmütze. Okay, okay. Kein Problem. Ich such dir was Schönes raus. Ja, das gefällt dir, oder? Da strahlt unsere kleine Ginger. Eine schöne Krone hast du da. Oh, du wolltest den Schnauze behalten? Wow, das weht im Wind. Na hoppla. Das ist uns jetzt runtergefallen. Und noch ein Hut. Da freut sich unsere kleine Ginger. Das sieht richtig toll aus. Schau mal. Ja, das passt doch perfekt, oder? Oder hier als Cowboy. Findest du lustig, was? Komm, lass uns weiter. Genug verkleiden gespielt. Na hoppla. So, jetzt aber. Dann mal weiter mit uns, ja? Oh, wer bist denn du? Ah, schaut mal. Hier können wir Musik spielen. Wow. Na, was hältst du von diesem Ton? Macht das Spaß? Und hier. Mit dem Keyboard. Schaut mal. Wie Ginger zur Musik mitwirft und tanzt. Yay. Klasse, da freut sie sich. Wie süß. Und weiter und weiter. Das macht dir Spaß, oder? Schaut mal. Unglaublich süß. Yay. Na hoppla. Sehr schön. Tut 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 tut. Sehr toll, Ginger. Was hältst du von dieser Trompete? Die Trompete macht auch echt tolle Töne, oder? Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Falls euch Sargominibabys gefällt, dann hinterlasst doch einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr dieses Kleinkind-Letsplay toll findet und ihr noch weitere Folgen sehen möchtet. Na, schon genug? Na, schon genug? Jetzt nochmal. Total wild. Oh, Ginger. Komm, wir sollten so langsam weiter, oder? Was meinst du? Schau mal, wir haben hier noch eine Ukulele. Die Ukulele macht auch richtig tolle Töne. Meinst du nicht auch? Okay, Ginger, komm. Dann lass uns mal weiterschauen, was es noch so zu entdecken gibt. Ein Vorhang. Schwups, ist er schon wieder zu. Und wieder offen und zu. Oh oh. Ich glaube, wir sollten mal deine Windeln wechseln, oder? Na, alles okay? Oh weh. Da hast du wohl Kacka in der Hose. Oder beziehungsweise in deiner Windel. Kein Problem. Das wird kurz gewaschen, geputzt. Und hier hast du eine frische Windel. Alles wieder gut bei dir? Hm? Oh nein. Wir haben sie doch gerade erst gewechselt. Oh weh, oh weh. Gut, kein Problem. Wir helfen dir natürlich. Das Problem ist gleich beseitigt. Kitzelt ein bisschen und fertig. Und eine neue Windel für dich. Alles gut? Hm? Oh weh. Och Ginger. Wir haben gerade doch eben erst deine Windeln gewechselt. Ja, und jetzt? Was sollen wir denn jetzt machen? Okay, okay. Alles ist gut. Komm, wir wechseln sie dir. Ist ja kein Problem. Aber danach ist Schluss mit lustig, ja? So. Und du bist wieder blitzeblank sauber. Eine neue Windel. Dann lass uns mal weiter. So, die Windel ist frisch. Und wir können unser kleines süßes Abenteuer fortsetzen. Hier haben wir noch schöne Bilder an der Wand. Die sehen toll aus, nicht wahr Ginger? Oh, jetzt ist Essenszeit. Ginger, hast du Hunger? Komm, wir essen jetzt eine Kleinigkeit, okay? Aber nicht kleckern. Komm, lass uns essen. Zur Auswahl haben wir für dich Apfelbrei, Bananenbrei und Erdbeerbrei. Na, was essen wir jetzt? Apfelbrei. Na, schmeckt das? Süß, schaut mal. Hm, lecker. Bananen ist auch echt super und sehr gesund. Und Erdbeer. Na, alles okay. Und nochmal Apfel. Gut machst du das. Immer schön fleißig essen. Mund abwischen. Du warst zwar ganz sauber, aber gut. So. Und hier bitteschön. Fleißig, fleißig bist du. Sehr schön gegessen. Gesundheit. Dann haben wir aber noch Bananenbrei für dich. Und das wird dir auch schmecken. Garantiert. Mischen können wir nicht. Das habe ich gerade versucht. So. Willst du noch? Kleines bisschen. Okay, komm. Dann kriegst du nochmal was, ja? Banane oder Erdbeer? Oder was ganz anderes vielleicht? Schau mal, hier haben wir Karotte, Banane und Erdbeer. Was hältst du von Banane? Hast du ja schon gegessen. Magst du, oder? Und was ist mit Karotte? Gemüse ist doch auch echt super lecker. Willst du probieren, Ginger? Erstmal Banane aufessen, oder? Banane ist super lecker. Aber, aber. Probier mal Karotte. Und? Schmeckt ganz okay, oder? Schmeckt nicht schlecht. Die kleine Ginger. Die ganze Zeit am Essen. Na, aber so viel isst du jetzt nicht, ja? Du hast noch ein kleines Bäuchlein. Und so viel passt da nun mal auch wieder nicht rein. Nicht, dass dir sonst schlecht wird. Na? Alles gut? Sollen wir weiterspielen? Sollen wir was Neues entdecken? Oh, ähm, das war doch mal ein Räusper. So. Upsala. Dann war's das wohl. Du bist fertig, Ginger. Du kriegst wohl nicht genug, oder? Du hast dich kaum bekleckert. Das finde ich gut. Schau mal, wir haben jetzt sogar Erbsen. Magst du Erbsen? Oh. Na, jetzt hast du dich aber wirklich bekleckert. Hier, schau mal. Mit Essen spielt man nicht. Oh ja, ja, alles gut, alles gut. Sei nicht traurig. Na toll. Jetzt ist Ginger total dreckig im Gesicht. Und trotzdem strahlt sie. Findest du das etwa lustig? Anscheinend. Okay, Ginger. Jetzt müssen wir dich aber wirklich mal putzen. Du bist ja ganz dreckig im Gesicht. Komm, ein Happen noch, ja? Na, hoppla. Und einen Schluck auf. Sogar einen Schluck auf hat die kleine Ginger. Okay, jetzt reicht's aber. So langsam müssen wir wirklich los. Wir haben jetzt genug gegessen, Ginger. Okay. Oh, schau mich doch nicht so schockiert an. Du möchtest Banane haben? Du hast immer noch Hunger? Mensch, Ginger. Hoppla. Mensch, Ginger, du kannst nicht so viel essen. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Ginger, können wir jetzt los? Erstmal putze ich dein Gesicht. So, jetzt ist wieder alles blitzeblank. Dann komm, lass uns weiter, ja? So, danke für das Essen. Tschüss. Oh, schaut mal, wer da ist. Harvey, der Hund. Hallo, Harvey. Hier ist Ginger. Wie süß. Hier sind die ganzen Babys unterwegs. Alles gut bei dir? Im Spiel ist es so. Einen Klick und ich kann die Figur mitten im Spiel wechseln. Aber wir bleiben hier bei Ginger. Denn in diesem Video soll es um die kleine, süße Katze Ginger gehen. Jetzt haben wir das Licht ein- und ausgemacht. Und, Ginger, du solltest etwas trinken. Was meinst du? Komm. Schau mal. Hier haben wir verschiedene Angebote für die Kinder, für die Babys. Na, was hältst du davon? Das ist Johannisbeersaft. Na, hoppla. Hier, bitteschön, Fräulein-Tentakel. Was hältst du davon? Uiuiuiuiui. Und hier? Das ist auch gut, oder? Das war Karottensaft. Komm, noch ein bisschen Karottensaft, ja? Das ist gesund. Sehr schön ausgetrunken. Gut gemacht, Ginger. Na, hoppla. Hier, schaut mal, was hältst du denn davon? Magst du das auch? Hier haben wir noch Milch für dich. Hm. Milch ist super gut. Vor allem Katzen lieben ja Milch. Nicht wahr, Ginger? Schaut mal, wie fröhlich sie ausdrinkt. Okay, nicht ganz. Hier, Ginger, bitteschön. Erdbeersaft. Schmeckt gut, oder? Magst du noch einen Schluck? Danach können wir weiter, ja? Komm, ein bisschen noch. Was magst du denn? Du magst gar nichts mehr? Komm, hier, probier noch. Okay, dann lass uns mal weiter, ja? Los. Oh, hallo, Harvey. Du möchtest bestimmt auch was trinken, oder? Schaut mal, wie süß. Okay, wir müssen weiter. Ui, da sind aber schöne Sterne. Du, Harvey, wir müssen weiter. Harvey möchte mitkommen. Wir spielen jetzt mit Klötzchen. Ui. Schaut mal. Hier, bitteschön. Ein Quadrat für dich. Und das ist auch ein schönes Bauteil. Schaut mal, wir bauen jetzt einen Turm. Hier, bitteschön. Na, hoppla. Ginger, jetzt hast du den Turm kaputt gemacht. Aber kein Problem. Schaut mal, wie Ginger sich freut. Süß. Ginger, bitteschön. Versuch doch mal, etwas zusammenzubauen. Klappt das? Ja, genau. Und zack, obendrauf. Ui, 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 da kommt was Neues. Upsa, schön die Balance halten. Und jetzt, Ginger? Findest du lustig, nicht wahr? So, ui, das ist aber ein schöner Turm. Na, hoppla. Da ist doch direkt etwas runtergefallen. Ui, ui, ui. Das sieht auch toll aus. Und schwupps. Wow, schön die Balance halten. Und hui. So, das kommt obendrauf. Und Achtung. Oh, was ist denn das für ein Bauteil? Schau mal, Ginger. Das bewegt sich sogar. Das hat ein Mechanismus, mit dem er es schleudern kann. Und schupps. Sehr schön. Und Achtung. Und jetzt geht's los. Schwupps. Cool, oder? Das ist doch mal ein besonderes Teil. Hier, bitteschön. Nimm es mal in die Hand. Wow, wie es ihr gefällt. Ginger, deine Reaktionen sind super. Und schwupps. Okay, Ginger. Na? Oh, schau mal. Ein rundes Teil. Ui. Das findest du lustig, oder? Schaut mal, da oben ist noch so ein Bauteil. Aber jetzt haben wir schon viel zu viele. Na, Ginger, wollen wir so langsam weiter? Hast du genug gespielt? Findest du lustig, oder? Komm, lass uns mal ein bisschen weiter, ja? Oh, Harvey ist immer noch da. Tschüss, Harvey. Folgst du uns? Wir wollen so langsam weiter. Ein Regenbogen, ein Mond, ein Teddybär und ein Würfel, auf dem ein Stern abgebildet ist. Oh, hallihallo. Ist denn schon Schlafenszeit? Oh, schau mal, wer da ist. Robin, der Vogel. Hallo, Robin. Na, alles gut bei dir? Wir wechseln aber zurück zu Ginger. Schlaf ruhig weiter, Robin. Die spielen wir gerne in der nächsten Folge. Oh, hallo. Ein Waschbär. Was können wir denn bei dir machen? Lass doch mal sehen. Ui, Ginger, es gibt ein Geschenk für dich. Schau mal. Mal sehen, was da drin ist. Und, wow, Luftballons. Zwei Entchen und ein Affe. Mh, ein leckerer Muffin. Der ist super lecker, oder? Und hier noch ein Geschenk für dich. Was da wohl drin ist? Ein Auto war da drin. Und schwupps ist das Auto weggefahren. Mal sehen, was da drin ist. Na, möchtest du das Geschenk haben? Pack schnell mal aus. Und? Ui, Luftballons. Und alle sind geplatzt. Mh, lecker eine Gurke. Oh, magst du nicht so? Okay, kein Problem. Was ist denn damit? Mal sehen, was da drin ist. Und? Luftballons. Ui, ui, ui. Und ein neues Geschenk. Aber lass uns mal weiter. Dankeschön. Oh, ein Eichhörnchen. Willst du ein bisschen schaukeln, Ginger? Komm, wir schaukeln mal gemeinsam. Ui. Macht dir das Spaß? Oh, ein Luftballon. Das macht Spaß, oder? Oh, hallo, hallo. Wer kam denn da aus der Erde heraus? Ein Maulwurf auf der rechten Seite und eine Krabbe auf der linken Seite. Und wer war denn das hinterm Zaun? Und da oben wohnt auch jemand. Eine Ziege hinterm Zaun. Hier gibt es so viele Tiere. Und, hoppsa. Was war denn das da oben? Das muss das Eichhörnchen gewesen sein. Na, Ginger? Gefällt dir, oder? Das Schaukeln. Ui. Ui. Hallihallo. Und ein Luftballon. Ui. Okay, genug geschaukelt, Ginger. So langsam. Oh, schaut mal. Hier können wir noch ein bisschen baden und duschen. Hallöchen. Ui. Schaut mal. Das macht Seifenblasen. Und das ist ein Schwamm. Upsala. Siehst du, oder? Und ein bisschen mit Wasser nass machen. So. Damit wir gleich dein Gesicht waschen, ja? Du musst ja wieder frisch und sauber sein. So, Achtung. Augen zu. Einmal schön mit Seife drüber. Alles okay, Ginger. Keine Angst. Wir holen dich da wieder raus. So. Einmal mit Wasser drüber. Vielleicht bist du wieder sauber, Ginger. Geschafft. Na? Fühlst du dich wieder frisch? Da unten noch ein bisschen, ha? Ah. Sehr schön. So, komm. Alles ist doch gut, oder? Magst du nicht so baden? Magst du lieber draußen spielen, oder? Komm, dann lass uns raus. Okay. Gut. Aber weißt du was? Wir spielen jetzt nicht mehr, okay? Ginger. Wir spielen jetzt nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Jetzt gehen wir schlafen. Und das war übrigens der Hase Jack. Schön, den gesehen zu haben. Jack? Zu dir kommen wir auch noch. Aber jetzt ist erst einmal Schlafenszeit für unsere kleine, süße Ginger. Das war ein sehr langer Tag für sie. Und sie hat viel erlebt und viel Spaß gehabt. Na dann mal los, Ginger. Schau mal. Robin schläft auch schon. So. Hallihallo. Dann lass uns mal schlafen gehen. War ein langer Tag, oder, Ginger? So. So. Wir geben dich in Schlafensposition. Und. Gute Nacht. Danke fürs Zusehen. Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge von Sago Mini Babies. Rechts oben gibt's einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten, nicht vergessen, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzen-Symbol, wo der Rote Pfeil zeigt. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.